Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin auf Tour, eine kleine Mehrtagestour, 3-4 Tage. Ich mache jetzt mal eine erste Tour alleine mit dem Camper über mehrere Tage. Mal schauen, wie es wird. Wir haben heute Dienstag den 16.04. Und heute jetzt ganz gemütlich am Rhein entlang fahren, Richtung Hinterrhein. Und dann gucken, dass man die andere Seite wieder zurückfährt. Ich bin jetzt noch in Österreich, war gerade einkaufen. Wir erreichen jetzt gleich die Schweiz. Und dann schauen wir mal, was wir so unterwegs sehen. Viel Spaß. Und da sind wir jetzt. 1, 2, 3, 4 und willkommen in der Schweiz. 1, 2, 3, 4 und willkommen in der Schweiz. Die ersten 23 Kilometer sind runtergerasselt. Es ist doch ein bisschen warm. Ist zwar windig, aber auch Gegenwind. Aber wird die Jacke ausziehen und den Windbreaker anziehen. Ich denke, das wird angenehmer sein zum Fahren. Nun kann ich also gerne rein. Ich denke, das ist jetzt das noch nicht- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kann man dann zur Not mit leben. Zurück fahre ich auf der anderen Seite, dann sollte ich die A13 noch nicht mal hören. Da hinten scheint die Sonne, bei mir ist alles mit Schatten. Das ist die trübe Seite. Ich habe jetzt die ersten knapp 50 Kilometer runter. Ich habe jetzt gerade mal die SIM-Karte gewechselt, dass ich ein bisschen Handy empfangen habe. Und zu gucken, wo ich hin muss, habe mir jetzt einen Wohnmobilstellplatz rausgesucht. Soll ein Parkplatz vom Restaurant sein, die auch eine Zeltwiese haben, wo man auch noch zur Not mit dem Zelt auf der Wiese übernachten könnte. Also ich glaube, da bin ich gut aufgehoben mit dem Camper. Es sind aber noch 21 Kilometer. Da werde ich dann gleich hinfahren. баз gefangen. Das ist ein paar Stunden Nachden. Das ist ein paar Stunden. Das hat die Sentitebe. Vielen Dank. Ja, es gibt auch mal Kurven hier. Man fühlt sich schon eher wie am Kanal hier. Einfach nur herrlich. Ich weiß nicht wie oft ich das heute schon gesagt habe. Ich weiß nicht wie oft ich das heute schon gesagt habe. So, mein Spot gefunden für heute bei Park4night nach knapp 70 Kilometern. Erstmal die Akkus angeschlossen, habe noch 30% drauf gehabt. Hier an der Steckdose reingepackt. Wir können jetzt erstmal nur oder Akku laden. Mein Ausblick aus dem Camper. Schade, dass es so bewölkt ist. Jetzt könnte man da oben auch noch ein bisschen Schnee sehen. Sieht man jetzt bestimmt auf der GoPro ja nicht richtig. Guten Morgen. Oben hinter den Wolken ist die Sonne. Da sind aber so viele Wolken davor. Mal schauen, ob die noch rauskommt. Bis bald. Auch für mich geht es jetzt auch wieder zum Rhein zurück. Hab gut geschlafen. Waren gestern knapp 70 Kilometer. Gestern Abend noch ein bisschen Video geschnitten. Von der schönen Allgäu-Tour. Mit Matthias und Daniel. Schöne Grüße gehen raus. Ja. Hat etwas aufgeklart. Also wird es Zeit zum Weiterfahren. Heute Morgen hat es eine ganze Zeit geregnet. Die Nacht auch. Und dann jetzt mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir nochmal eine Zwangspause machen müssen. Eine kleine Pause muss ich ihn noch machen. Hatte noch keinen Hunger gehabt. Also noch nichts gefrühstückt. Dann erst mal einen schönen Spot suchen. Zum Frühstücken. Na ihr? Ihr wart gestern aber noch nicht da. Da guckt er, wa? Jetzt wollte ich gerade eine Abkürzung nehmen. Aber jetzt bin ich so am rumirren hier. Hätte ich die Abkürzung noch sparen können. Sollte ich auf die gleichen Kilometer gekommen. Wenn kein Radweg in der Bundesstraße vorhanden ist. Jetzt ist es wirklich angenehmer mit Motor zu fahren. Kurz auf Stufe 5 schalten. Einfach nur die Strecke runter rasseln. Jetzt habe ich gerade hier mal geschaut. Sollte eine E-Bike-Radestation sein. Gibt es auch. Aber man braucht halt ein spezielles Kabel dafür. Also ist die für später wohl eher ungeeignet. Oh, ein schöner Rastplatz hier. Alles da, was man braucht. Bänke. Grillfeuerstelle. Und das Dixi-Clo. Gerade erst gesehen. Und eine schöne Wasserstelle. Sehr schön. Zeit für eine Kleinigkeit. Ich habe noch Laugenstangen von gestern. Die gerade belegt. Und jetzt werden die erst gegessen. Das Dixi-Clo. 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 hier könnt ihr den vorderrhein sehen auf der rechten seite von euch ist das der hinterrhein und zur linken seite wird es dann der reihe ist eine schöne position hier hat sie mir von der fußgänger möglichkeit auf der anderen seite gewünscht aber passt hier kann man es noch ein bisschen besser sehen von der linken seite kommt der hinterrhein und von der rechten seite der vorderrhein und hier haben wir dann den rhein guten morgen donnerstag der 18 vierte habe mich hier an den weg hingestellt hinter mir fahren ein paar lkw war die nacht aber sehr ruhig war eine kleine straße und jetzt geht es gleich ein bisschen weiter zur ladestation und akkus laden die sonne soll zwar zwischendurch mal raus kommen aber ich glaube nicht dass ich damit mein akku wieder voll bekomme heute dementsprechend ca 20 kilometer kommt die ladestation da werde ich hinfahren in ruhe akku aufladen filmchen schneiden dementsprechend 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 der schönste und pausenplatz aber ich habe wenigstens etwas sonne und ich bin nicht ganz so nah an der autobahn bei den nächsten kilometer bin ich noch näher an der autobahn da habe ich dann gar keine lust mehr zu also werden wir erst mal hier stehen dann gibt es erstmal einen kaffee hier ist ein sehr schöner radweg hier aber man ist immer wieder neben der autobahn das einzige was ich stürze das ist ein richtig schöner radweg aber trotzdem auf jeden fall zu empfehlen mal rein ein bisschen an den alpen entlang zu fahren mal rein ein bisschen an den alpen entlang zu fahren frühstück ist ready einmal noch mal einen kaffee bisschen ruhig ein nachher noch eine banane dann kann der tag weiter gehen dann kann der tag weiter gehen jetzt geht es nämlich direkt neben der autobahn weiter deswegen geben wir es dort wirklich nach ausgenutzt dort pause zu machen deshalb hier doch ein bisschen lauter wie eben der platz man sollte die wege zurück fahren die man auch gefahren ist auf dem hinweg kam ich schon durch die schranke dort hinten nicht durch alles schön verschlossen da kommt man hier nicht durch da brauche ich das gar nicht zu versuchen keinen bock mehr jetzt den camper zu zerkratzen da hinten ist noch eine schotterpiste versuchen wir das mal da lang hoch wäre ich die schotterpiste bestimmt nicht gekommen aber runter geht immer ein bisschen langsamer und vorsichtiger dann passt das schon ist das nicht schön dieser anblick hier warte mal ist doch schon im blauer himmel wäre es richtig nice kurzes stück bergauf stotterpiste mit dem rad gar keine chance gehabt also das übliche spielchen kennen wir ja abkoppeln hochschieben ladestation erreicht wunderbar jetzt hat den akku angeschlossene powerstation jetzt sieht man zwar voll in der sonne auch wenn jetzt gleich wieder schatten kommt habe ich keinen nerv dazu also lieber jetzt alles über strom und mal aufladen jetzt geht es los hier der schneeregen kommt runter schnell die schotten zu machen ja dann fahren wir gleich mal nach lichtenstein rein mal ein bisschen aus der schweiz raus ich weiß nicht ob wir uns auf der kamera sehen kann aber da oben die häuser da kann man sagen man wohnt über den wolken genial zum fahren wie auf dem baby popo schön glatt man hört keine autobahn mehr der regen hält sich auch in grenzen so einzelne tropfen die runter kommen das passt alles nach 36 km fängt es wieder an zu regnen was macht man da natürlich planer aufs fahrrad und jetzt ab in den camper rein das bleibt dann jetzt auch bei 36 km haben jetzt kurz vor 20 uhr da habe ich jetzt keinen bock den regen abzuwarten und weiter zu fahren also meistens hier gemütlich guten morgen freitag der 19.4 kein regen mehr man kann gleich weiter fahren hab dann gleich noch ca. 35 km bis zum matthias sollte ich bis zum mittag schaffen da habe ich dann wieder wlan kann in ruhe videos weiter schneiden jetzt erstmal gemütlich frühstücken mit blick auf den rhein und die berge was möchte man mehr blauer himmel dann wäre es richtig nein die letzten kilometer gönne ich mir jetzt auch auf stufe 5 dann bei matthias die akkus wieder voll hauen da passt das sorry ich habe ganz vergessen jeden tag ein screenshot zu machen von der tour hier könnt ihr euch mal die ill anschauen und dort hinten mündet die ill in den rhein hinein jetzt bin ich gerade unterm baum her gefahren und mich hat es voll erwischt aber wie sagt man so schön scheiße bringt ja glück ne jetzt erstmal sauber machen einigermaßen auch solar auch geschissen überall drauf lecker mir was war das künftlatter mann nach etwas über 200 kilometer bin ich gleich wieder bei matthias angekommen habe noch irgendwie ein kilometer oder zwei kilometer bis zu matthias war wirklich sehr schön zum fahren hätte ich nicht gedacht muss man auf jeden fall mal erlebt haben zwischen den ganzen bergen mit dem ganzen schnee dienstag der 23 vierte sind schon ein paar tage vergangen der camper steht bei matthias in der garage ich bin jetzt bei windigen wetter nochmal kurz unterwegs um euch zu zeigen wie der rhein in den bodensee rein mündet das gehört einfach ins video mit rein und dementsprechend jetzt ohne camper mal und nachher wieder zurück zu matthias sorry für die windgeräusche es ist echt windig hier so 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 der wind ist echt heftig hier ich hoffe das morgen nicht so windig ist von morgen geht meine tour weiter Da hab ich ja gar keine Lust zu. An dieser windigen Stelle mündet der Rhein in den Bodensee und für mich wird es Zeit das Video zu beenden und wieder zurück zu fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.